Hallo! Wir waren zusammen auf der Eklitana und haben beim Gewinnspiel der Pferdebox mitgemacht. 14 Tage lang lief die Votingphase und ihr habt euch super für uns angestrengt. Und dank euch dürfen wir jetzt zur Spanischen Hofratur nach Wien fahren. Und dafür wollten wir uns bei euch ganz herzlich bedanken. Danke! Tschüss! Wir haben beim Gewinnspiel der... wir fangen nochmal neu an. Guckt bitte alle in die Linse, nicht auf dem Bildschirm. Achso, Entschuldigung. In die Linse. Also wir gucken alle wohin. In die Linse. Okay. Das wird alles als Outtakes reingeschickt. Ne, bestimmt nicht. Okay, bestimmt. Kiss! Kiss! Sei das doch. Ne, ich will jetzt nicht unter den Pflanzen. Das waren nur dicke Leute. Und du hast sogar zwei davon! Boah! Das ist auch nicht so lustig. Ich würde sagen, wir labern ab. Da brauch zwei Minuten und schnell nur das so da rein. Dafür übrigens! Wir sind wie Extrakammer dabei also. Ich meine, du bist da. So, es geht jetzt einfach los. Also. Das war krassend. Ich wollte auch noch sagen. Danke. Schluss. Ruhe. Ich rede danach. Sag du doch Hallo. Du sagst am Ende Tschüss. Und ich sag Danke. Okay, also fang an. Du sagst am Ende Tschüss. Ich sag Danke. Hallo und Tschüss. Sag einfach Hallo. Und du sagst eigentlich Tschüss? Nein. Hallo. Du musst Danke sagen. Danke. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. Hier oben. Hallo. Hallo. Sollen wir nicht alle drei gleichzeitig Hallo sagen? Ihr fände ich gut. Okay, gut. Drei. Zwei, eins. Möchtest du Spanische Hofreitschule fahren? Oh. Nein, jetzt mal ohne Witz. Spanische Hofreitschule. Spanische Hofreitschule. Ich finde Spanische. Ja, ich finde Spanische. Okay. Okay. Machst du dich kaputt jetzt. Ja, wenn ich da schon lachen muss. Ich schwöre, das Video wird drei Sekunden lang und dann kommen fünf Minuten Outtakes. Nein. Man kann Outtakes. Nein. Man kann Outtakes. Nein, du liebes Ding. So. Okay. Wir waren zusammen auf der Equitana und haben beim Gewinnspiel der Pferdebox mitgemacht. Nach uns. Das Wetter. Das ist das Wetter. Nasekuchen. Nee. Doch. Dann musst du gleich pipipen. Ich muss dich jetzt schütteln. Dann wird's geil. Ich hab ein Haar vor uns. So, super. Dann ein bisschen Stroh dazu. War ich das? Der Tabby ist eh zu hart. Ja. Und das passiert im nächsten Video. Hallo. Hallo. Wir waren zusammen auf der Equitana und haben ausgeschnitten. Wir können das auch ohne ihn. Den Kissen. Das ist wichtig. Was soll's da denn? Du musst jetzt wiederkommen. War hier die Speicherwerder ist gleich vor. Was? Also, die Anja und ich haben beim Gewinnspiel der Pferdebox mitgemacht. Wer nicht auf dem Video mit ist, der fährt auch nicht mit. Ganz genau. So sieht's nämlich auch. Und los geht's. Eins, zwei, drei. Hallo. Hallo. Ich guck's nicht. Wir finden euch einfach super. Okay, nochmal. Wie endet das Ganze nochmal? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.